Geben Sie mir das Geld. Nein, Sie geben mir das Bild. Zuerst das Geld. Nicht heute. Ich habe mit Sir Trevor eine andere Abmachung getroffen. Sir Trevor ist nicht da, also müssen Sie mit mir verhandeln. Mit Assistenten verhandle ich nicht. Dann müssen Sie wohl auf Ihr Geld verzichten. Bist du sicher, dass sie hier ist? Ja, absolut sicher. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Halten Sie einfach die Klappe und geben Sie mir das Gemälde. Sie begehen einen schwerwiegenden Fehler. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Wo ist Nick? Lenk bloß nicht vom Thema ab. Und wo ist der Kerl, der mich umbringen wollte? Du lenkst schon wieder ab. Ich gebe es auf, Jade. Also, worüber willst du reden? Du schuldest mir was. Ich? Was ist mit dem Kerl mit der Pistole? Ich hatte alles unter Kontrolle. Jade, wenn ich nicht gekommen wäre, hättest du das Geld und das Ölgemälde verloren. Soll ich mich jetzt bei dir bedanken? Nein, Jade, du sollst die Stadt verlassen. Dann zwing mich doch! Dann zwing mich doch! Verschwinde einfach. Schreib nicht, ruf nicht an, komm nicht zu Besuch. Das Bild bleibt bei mir, Jade. Aber ich hab's gestohlen! Und wieder verloren. Na schön, Amanda. Die höchste Karte gewinnt. Das Spiel spiele ich nicht mehr. Du...